Ross! Rock Ross! Hallo! Hallo! Bum Bum! Wie wird immer noch gemeldet? Lass du den Erz extra auf 30 FPS eigentlich gehen. Ja dann, leg los dann! Hallo! Okay jetzt! Passend zu Silvester! Da brutzelt das jetzt hier auch mal, oder was? Bum Bum! Uiuiui! 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 Du Scheiße! Die ganze Hand also! Uiuiui! Die ganze Hand ist drin. Oh neste! Uiuiui! Oh oh. Oh oh! Ok, ready? Wuhhhh! Jetzt kannst du dich nicht wieder ausmachen! Wo ist Neues? Wo ist Neues, meine Freunde? Ja! Bis der Partner auskommt, da war jetzt schon wieder Mitte des Jahres, aber mein, wo ist Neues? Darf ich jetzt spielen? Nein! Du spielst nicht! Hau rein, Alter! Spielen, ich weiß nicht, wo wir waren. Wir spielen. Komm mal her! Was steht da drin? Was steht da drin? Alex! Konzentrier mich! Das ist hier so ein Schwanz! Du bläst gern, gell? Den Schwanz auch. Scheiß drauf! Bolen ist nur einmal im Jahr! Bolen? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Also! Warte! 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 Wir lesen den ersten Platz mal, okay? Sein Charakter ist wahrlich königlich. Ja, genau! Warte! Warte! du bist aus этого gekommen bin, you ЧТo Ouagatich! Hey, he he- Ist das lauter relativ englyn her? No! Ja, klar! Luca was bist du? Ich bin ein Schwol! Oh, sie beregst dich auf den funden. Ich bin ein schwul. Du kannst doch nawet hinfinden! Du bist der sterbende Schwan! Sexy! Bist du weh? Hallo! Mach ich mit dir! Sei nicht aufgetrunken? Da werde ich normal ein bisschen gemeiner. Ich bin sowieso schon gemein. Zum Ende! Geh mal her, Mann! Es gibt zwei Stück. Ich bin ein ganzes Bar! Konzentriere mich, Mann! Ich schleiche wie ein Vogel! Was müssen wir jetzt? Seit wann machen wir Vogelschleichen? Was ist das? Du bist Wasser, Mann! Das ist eine Unterhose! Nein, ich bin Waage! Waage ist mit dabei! Das ist eine Unterhose! Gelder, gell? Oh, Luca! Erste Spruchpreise! Das war perfekt! Entscheide dich endlich! Lauf! Du! Diese Hufe! Ausgebringst langsam! Scheiß drauf! Ich hab Geld gesorgt! Ah, er macht ihn auf! Schau mal, ich hab Geld gefunden! Hätte er sein können, Mann! Scheiße! Der Scheiß bringt mir Glück, Mann! Sollte denn eigentlich eigentlich… Für was? Erläut mich das eigentlich auch! Sollte denn eigentlich eigentlich Licht sein? Wo? Ne, 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 ne! Schieß davon. Ok! Ok, äh! Das ist nervig, auch die Scheiße in dem Spiel. Du wachst dir doch alles auf. Irgendein Kuh drücken? Ich nehme dich jetzt so gleich weg. Nein, mein Kuh drücken. Schau mal, was das aufkommt. Ey, der kommt dir entgegen. Warum kommt der schon wieder entgegen? Das ist so eine Scheiße. Er macht sie nicht in den Schrank auf. Nein, nein. Das hat er nicht. Das hat er nicht ausgegangen, weil er weg ist. Wir wollen ihm ein Leben an, Wolli. Er hat ihn doch vorgesehen. Nicht, dass es jemand sonst wird, doch. Schau mal, erst mal die Falsche. Wach hat er nicht krank? Oh, lol. Alter. Alter, geht rein. Nein, 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 nein. Hast du das, Alter? Ja, Wolli, genau. Er ist weg. Das haben wir gerade gesehen. Und wenn ist er jetzt weg? Genau. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Der ist wieder so vor der Tür. Ja, genau. Die Sachen machen hören. Die Sachen machen? Was machen Sachen? Der ist doch die Ketten. Die Sachen machen. Jetzt machen sie jetzt voll auf, wenn ich die Ketten. YOLO. Wenn du jetzt rechts umdrehst, dann ist er da. Nein, der ist er nicht. Was da für kranke Bilder einfach rumhängen, auch so. Jetzt nimmst du nicht um die Ecke. Wer steht genau da? Wer steht genau da? Da ist er. Er ist wieder genau da, wo du den Bröcher, äh. Wer sieht das? Wer sieht das? Wer steht da? Wer steht da? Mitten im Blick. Hinter dir, so. Hallo! Der ist auch nicht hinter dir. Hey, ganz ehrlich. Der war noch ganz lügen. Der war recht, gell? Hey! Er erfülle dich immer, wenn du jetzt die Schraube löst. Ja, ja. Schnell, der kommt ja nicht durch! Schnell, der kommt ja nicht durch! Schnell! 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 Erfurt 9! Erfurt 9! Erfurt 9! Erfurt 9! Geh wieder rüber! Wenn er wieder kommt, der gewinnt. Wir wollen mich doch verarschen, wenn ihr spielt mit deinem Leben! Wenn er kommt jetzt wieder? Ich schwänze, er ist eigentlich so entfreundlich und suchst nur ein Freund. Deswegen reißt du dir das Herz raus. Ja, er will nur spielen. Ja, er will den Mund auch so. Er leißt dich auch raus. Er will dein Herz ergatter. Hey, Alex! Leih das doch aus, er will nur spielen. Ja, genau, er wird das Herz erholen. Ja, nee. Beim nächsten Mal hau ich dich. So. Ich wette, er versteckt sich im Spinn. Habt ihr überhaupt schon gesehen, was versteckt sich im Spinn? Wir machen jetzt schon die zweite Folge. Wir sind da immer noch. Da ist er. Oh, du bist da! 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 Alles gut. Der denkt sich so. Ja, gut, der hilft. Ey, schlech mal zurück! Leute, ich mach's jetzt übernüger. Ja, toll! Du bricht das auch nicht weiter, dann. Oh, hier kommt, hier kommt! Du musst den Assassin, ey! Du musst von hinten aufstecken. Jetzt kommt hinter dir ein anderer. Kann sein, genau. Du bist mit dem oder? Das ist mit dem oder? Ha! Ja, streck mich. Oh! Alles gut. Alter! Da wollen deine Streifen, mein Freund! Ich pack dich! Knitchen, Knitchen, Knitchen! Ich weiß, was bringt. Ich tue T-Back den Ton bei der Klinik. Luca, das ist eine Aufnahme. Also bitte, nicht immer wenn die Gritsches auspacken. Du willst dich durch ihn machen. Alles gut. Dann fde ich auch drauf. Oh, Gott! Hey, wir kommen nicht weiter, Mann! Warum bin ich so scheiße? Warum spiele ich eigentlich? Weil niemand anders sich drauf. Alle anderen an die Buchse schon voll. Und du eigentlich der Horror Game Pro bist. Ja, genau. Mein erstes Horror Spiel. Du wirst natürlich auch ohne Hinterlage gespielt. Ja, weil ich Swag hab. Ja. Wahrscheinlich war er im Internet da angeschaut. Ja, ein Cheater. Der steht jetzt rechts im Robbenbetten. Nee, da steht er nicht. Der steht, wenn dann ja. Und da ist er schon wieder. Okay. Der geht wahrscheinlich mal rechts, mal links. Der ist rechts in den Gang rein. Dann kannst du jetzt nicht dahinter gehen. Wissen wir überhaupt schon, wo wir hin müssen? Ja, da rechts hinter. Genau, wo er jetzt ist. Wenn das Problem ist, der ist jetzt da vorne links gegangen wahrscheinlich. Der ist da vorne, nein, rechts ist er. Da in dem Gang, der Typ ist er drin. Ich geh jetzt mal da rein. Da nicht. Doch, wahrscheinlich, ja. Der kommt in Ruhe. Wo geht er eigentlich lang mit dem Nächsten? Da, wo der Nahrungs nicht vorher versteckt hat, ist er jetzt. Da vorne lösen müsste er jetzt sein. Da, genau da drin. So spielt auch gerade aus. Hoho. Oh, wir gehen mal da rein. Der mögen mich noch in der zehnten Folge, genau an der Stelle sein Reich. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, 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 zurück. Und wenn es sich zum Tulett macht. Der darf eigentlich nicht da sein. Geh mal da rein. Da sind wir irgendwie keine Ahnung. Da, komm, was machen. Wir haben was gefunden. Versteckt. Aber ich würde mich versuchen, in den Schrank zu verstecken. Verdeck dich jetzt. Ja, in den Schrank. Der wird jetzt wahrscheinlich verurteilen. Bei solchen Situationen, wenn ein Schrank da leben ist und man was aktivieren kann. Ja, warum? Ich speichere. Wenn ich jetzt sterbe, haben wir das wieder aktiviert oder? Nein. Wieder da, wo du gerade eben warst. Das steht unten, dann links, ob es speichert oder nicht. Kann man eigentlich auch speichern. Also wahrscheinlich erst, wenn du das vor öffnest. Nein. Erst mit beiden Ventilen öffnest. Kannst du speichern oder verändern. Das wird speichern. Das wird speichern. Das wird speichern. Oh Gott. Wally, wenn du speichern und beenden sagst, kannst du speichern. Echt? Wollen wir machen? Ja, aber das ist eigentlich nur die Pussy-Variante. Ja, ja. Wir haben jeden Schritt weiter. Spice-Vender. Pass auf, du hast jetzt keine Ahnung, wo er ist. Das könnte ja wieder überall sein. Wir haben die App geschaut. Irgendwie musst du ja wahrscheinlich zurück, oder? Jetzt müssen wir den zweiten hier befinden. Ja. Wo soll der zweite hier sein? Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Würde ich aufpassen. Da können wir. Ja, Sneaky Boy. Ist das das denn? Oh, das ist ja... Oh, du musst jetzt die Batterien wechseln, ne? Ich glaub, da war... Ich hab auch Ketten gesetzt. Ja, ja, Ketten hab ich auch gehört. War's schon? Oh! Oh, shit! Da liegt's kein Grein und in den Schraubbesch... Ja, er findet... In den Schraub rein! Er verfolgt ihn nicht mehr, weil du die Musik nicht hörst. Ja, er hat ihn nicht gesehen. Okay. Ich glaub er kommt rein. Ja, er kommt rein. Ja. Ja, bleibst es recht zitterlich nicht. Unwahrscheinlich, aber... Nee, er geht nicht rein. Er geht nicht rein. Doch! Ich hab's ja gesagt. Warum bist du rein gegangen? Ja. Weil ich Titten hab. Nein, Herr Schaden. Warum gehst du das nicht? Titten-Bonus. Titten-Bonus. Wo sind denn deine Titten? Nächste Zeugen. Ey, die sind schon so ein Weizvereinbarer. Alter, da hätt doch sein. Boah! Jetzt weißt du, wo du hin musst. Frauen würden uns als Weizvereinbarer bezeichnen. Ja. Weißt du aber auch, wo er hingeht. Du gehst jetzt, du wartest, bis er ein bisschen, bis er in den Gang rein ist. Dann gehst du gleich zu dem Raum hinter. Er kommt wieder zu Lukas durch. Wahrscheinlich. Warte. Geh mal weg. Nee, 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 nee. Lukas, geh mal raus. Nein, oder? Nein, nein, bleib. Doch, er kommt. Oh nein. Er kommt, blätter weiter oben. Nee, wenn er kommt, dann geht er super zu. Kann man wo hingehen? Alter, er geht raus noch. Warte, 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 warte. Du weißt, wo du hin musst. Wo muss er denn? Gleich rechts? Er muss rechts. Geradeaus nochmal rechts. Nee, nee, der Typ geht jetzt wahrscheinlich links. Da vorne. Da ist er jetzt wahrscheinlich links gegangen. Hoffnung. Guck mal, der ist sonst. Schau mal kurz nach rechts, was da ist. Ah, gut, er ist nichts. In der ganzen Sinne, der spielt immer gut. Der kann im Kreis laufen. Das ist nicht so eine Geschichte, die sich zu sehen gibt. Mit unseren Dingern. Alles. Nein, erst den Hebel, dann. Wer hat den Hebel gefunden? Du oder ich? Wally? Ja, danke. Bitte. Scheiße. Soll ich dich auch raus? Oh, Jungs. Oh, Jungs. Dann werde ich heute später. Jo, wie geil. Du kannst schon wieder raus. Tschau. Den Neusten lebst du? Wir nehmen gerade den Let's Play auf und alle sind am Handy, Alter. Nö? Nö, keiner. Nö, keiner. Drei von drei sind am Handy. Ja, es liegt halt ein Silvester. Drei von drei. Es ist nicht ganz weit weg. Aber da gibt es auch noch keine Nachrichten. Drei von drei. Oh, was ist das denn? 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 Ja, Hände zu Hinten. Guck dein Müll für den Müll für den Müll. Nee, weil eigentlich bist du rausgegangen. Nein, halt scheiß auf dein Handy. Ich meine, du bist rausgegangen. Jetzt stand es genau vor dir. Ja. Ziemlich. Ist er echt gekommen? Ja. Scheiße. Ich hab da Tür aufgemacht, bin einen Eintritt gegangen, hab um die Ecke geguckt, dann stand da der Hallo. Hallo. Versuch mal gleich jetzt hin zu rennen. Also im Sprint sofort um die Ecke. Hier, oder? Ja, probier es mal aus. Ich lasse dich da nicht alle her. Weil dann sparen wir uns, glaub ich, Zeit, wenn es funktioniert. Ja, aber wer hat dich wieder vor? Schau mal, es hat funktioniert. Ja, voll. Boah. Ey, was hast du gemacht? Die Tür aufgehauen. Ja. Die Tür aufgehauen. Ja. Dann machen wir schon einen Break. Schau mal erst. Äh, es geht. Danke fürs Zuschauen. Schalt das nächste Mal wieder ein. Ja, nächste Woche geht es weiter. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao.